Wo wollen wir denn mal landen? Am besten da, wo wenig los ist. Ja, da wo es richtig abgeht. Ja. Wir haben den Agerhügel genommen. Achso, Aufnahme läuft auch. Sehr schön. Ich hab gesehen, da gibt es auch eine Kaffee-Latte-Ebene. Mhh. So, jetzt muss man natürlich wieder... Jetzt hab ich dir die Kapsel geklaut. Zack. Achja, ich muss Enter drücken. Oh, ich vergesse das immer. Mhh. Ey. Genau, du musst auf die andere Seite. Was? Wo? Da. Ja. Ist immer geil, wenn ich immer zur Tür raus will, aber diesmal hab ich's gleich gerafft. Alter, zwei fette Granatwerfer, ey. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Wenn nicht, dann... ...schreit. Ja, ich hab auch angefangen hier irgendwie... ...hast ich bei dem einen so ein Spiel geguckt, was mich interessiert. Und der macht die ganze Zeit total hohle Witze, ne? Ja. Um Gottes Willen, aber es ist schon interessant. Ja. Aber das Spiel gab's sonst nämlich irgendwo. Mhh. Oder so ein Krams erzählt, die schlimmste Droge ist die Bahn. Nach dem ersten Zug bist du schon tot. Alter. Okay, das hört sich sogar noch witzig an. Ja. Mit diesem Ding muss man ja erstmal treffen können, ne? Was ich eigentlich ganz geil finde, bei so einem Typen, im Endeffekt ist, dass er ein tolles Konzept und zockst halt. Und, ähm... Ja, und laberst halt da einfach einen Scheiß, bevor du irgendwas aus dem Kopf drückst, ne? Ja, das stimmt. Aber ist schon nicht ganz einfach, ne? Während man zockt, auch noch quatschen und, äh... ...hast man schon ein bisschen Übung. Ja, das stimmt. Ich hab gestern Pumpkin Jacket zockt, bin aber nicht weitergekommen, weil das ein richtig übler Endgegner ist, den ich da gerade zocken muss. Bin 40 Mal gestorben. Ah, der musste ich auch labern und trotzdem zocken. Ah, der ist nicht hingehauen irgendwie so gestern. Oh, der Plämpel ist schon ganz nice, ne? Auf jeden Fall. Alter, wie soll sie mal wegfliegen? Die Maschinenpistole ist auch nicht schlecht. Mhm. Die Düse aktiv. Da muss gleich noch zweiter. Ja, ich hab mir auch zwei geholt. Wo muss... Ah, warte mal. Ja, ich will mal... Zack. Und zack. Sehr gut. Fett neben Mission. Mhm. Oh, hier gibt's einen Computer. Und Munition. Umleitung läuft. Aber Munition ist immer gut. Aber ich glaube... Jetzt kann ich ja auch selber welche werfen. Stimmt, ja. Aber ich glaube, das Game, wenn das weiter noch gepatcht wird und so, wird das bestimmt noch richtig geil. Ich glaube, das geht schon nice. Ja, ich glaube... Alter, Falter. Ja, ne? Ja. Geh weg. Löses Tier. Genau. Genau. Schnell Heilung rein. Mhm. Dino-Code, ey. Lecker. Das ist der Beste. Mhm. Jetzt könnte ich da ein Munitions-Kit aufsammeln, was du da gedroppt hattest. Okay, ich kann auch nochmal so ein Ding da werfen. Ach, hier gibt's ja auch schon. Voll. Jo. Aber warte mal, ich drück nochmal F. Äh, H. Genau. Kann ich mir nochmal eins einstecken. Okay. Das ist ja was, was ist das denn schon, ne? Sicherung. Umleitung läuft. Und jetzt wieder Borden von Tichern. Was war das denn? Ich glaube, da ein Medi-Pack ist, äh, abgehauen. Oh Gott, wir haben erst 17% von der Mission. Oh. 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 Also macht das Spaß, wenn wir super einfach nur explodiert haben. Ja. Die Linus wollen es jetzt aber wissen. Okay. Ich hab nochmal die Sicherung umgelegt. Hm. Ach so, das wird jetzt so in Wellen immer kommen die jetzt. Na gut. Dann werf ich nochmal selber mir ne Muni zu. Ne Kiste. Ja, ich hab auch. Ich nehm mir auch eine. Hm. Ich hab nochmal hier so Ausrüstung geworfen. Ah, sehr gut. Aua. Oh, geil, ey. Wie die wegfliegen. Oh, der eine Dino ist eben sehr geil aufgestanden, ey. Das sah richtig witzig aus. Seitlich irgendwie. Der eine Dino unter der Treppe verfangen. Oh. Aber tot. Mensch, Dino macht dich weg hier. Kommt noch einer, ne, ne? So. Jetzt kann man wieder drücken. Ah, sehr gut. Können wir nochmal Munition droppen. So, ich hab nochmal gedrückt. Ah, sehr gut. Dann kann ich mir nochmal Energie holen. Ach, da kommen schon die Erden. Sehr gut. Ich guck mir nochmal ein. Hm. So. Ja, dann können wir zum nächsten Spaß. Jo. Schwupp, weg ist er. Wollen wir mal B oder C? Hm. Nehmen wir B. Geh mal schön nach dem Alphabet. Genau. Da wachsen auch schöne Radieschen drin. Hm, genau. Die atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffe. Oh, hinter uns sind welche. Ja, vor uns sind auch ein paar. Das ist ja, als wenn man Dino-Ball spielt hier. Oh ja. Ach, hier kann man Eier sammeln wieder. Oh, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ein paar Behälter. Zack. Einen hat er eingesammelt. Hier sind die und die nächsten. Wie viel sammelt denn der nur eins? Ne, ne? Vier kannst du einsammeln. Okay. Wenn du vier, vier Stück drin bist. Oh, ich hab jetzt... Hier sind noch zwei oben. Ich wollte es nicht raus. Oh oh. Hier ist so ein schönes Nest. Ah, sehr schön. Wie liefere ich die Map? Ja, ich auch. Ja, ich auch. Er sagt, voller Träger benötigt. Wie, sind nicht vier Stück? Oh, ich hab vier Stück eingesammelt. Oh, ich muss nochmal Energie geben. Ja, ich auch. Ich gucke hier oben nochmal nicht, dass ich, dass er das eine Ei nicht genommen hat oder so. Das kann schon sein. Nö, die Eier sind hier leer. Also das Nest ist auch leer. Sonst gibt's hier unten direkt noch zwei. Okay. Ach, das ist ungefallen. Hast du das schon mal gesehen? Ja, also selber nicht so. Also jedenfalls... Ich seh ja nur, ich ditche auf irgendwie, ne? Ich muss das gleich mal zeigen. Wir gucken jetzt. Ich springe. Jaaaaa. Er fällt voll auf den Rücken. Warte mal. Ich bin jetzt... Ah, jetzt bin ich hier runtergefallen. Ich muss nochmal für dich springen. Ja, warte mal. Ich muss mal... Ah, da bist du... Genau, mach mal. Hier. Diesmal bist du nicht umgefallen. Nee. Nee. Du bist da voll auf den Rücken gefallen. Vielleicht war das nicht die gute Stelle. Ja. Aber das ist, äh... Manchmal echt so, wenn der dann... Ja, wenn er nicht richtig aufkommt oder so, ne? Ja, genau. So fällt er voll hinten über. Ach. Voll. Jetzt kann man sammeln. Mh, matschig. Ja. Aus Wirkelpudding. Nice, dass er neben dem Granatwerfer noch dieses Maschinen-Ding mitnehmen kann. Ja, muss ich nächstes Mal auch machen. Ich hab jetzt die Pistole immer noch. Was ist denn das? Ekelhaft. Ja. Jam, jam, jam. Oh, die off-back-jumps. So geil. Ich glaube, das sieht noch geiler aus, wenn du die wegballerst. Also, wenn man das bei wem anders sieht. Die eben vor mir weggeflogen sind. Ich hab noch was. Ich hab noch was. Ich hab noch was. Ich hab so richtige Karate-Mucks drauf. Ja. vorsicht da kommt so ein ding sehr gut schönen energie sammelt dass man sich selber ein von munitionen werfen kann so ich letzt mal auch gefeiert das ist ja hier schon halber permafrost schon leicht aufgetaut die fliegen voll weg nichts das sind gefällt mir trotzdem ist das spielen mit der frau und die maschine der schneller aus dem die 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 Spiele sind ja in Desktop-Gäger. Wie das denn? Keine Ahnung also. Jetzt halten die auch mehr aus. Das ist ganz cool auf normal zu spielen. Das eine Mal da sind die ja die ganze Zeit unten. Also ganz schnell. Ja stimmt, das ist ein bisschen blöd da. Die machen die Aua. Jetzt muss er einmal weglaufen hier. Der Dicke lebt gleich. Oh. Ah, das finde ich. Oh ja jetzt. Alter krass. Gerade die Pistole gezogen er und dann... Habe ich zweimal, dreimal geschossen und dann war er weg. Sehr gut. Das war echt Zufall. Das Magazin sieht aber auch fett aus, ne? Wenn das Raketenwerfer geladen wird. Sehr gut. Jetzt denken wir ja hier wieder an Rechner und... Mhm. ...auf was cooles an. Okay, here we go. Oh. Alter, ist hier was los. Oh ja. Oh ja. Aua. Heilung. Heilung. Panik. Ja, ich muss auch mal weglaufen. Ah, jetzt haben wir was. Jetzt haben wir wieder eine Spritze gedrückt. Jetzt ist wieder auch alles ordentlich. Ja. Alter, wie er weggeflogen ist. Ja. Ja. Juni, Juni. So, jetzt müssen wir wieder den Strom anschalten. Auf den Hebel umgelegt. Sehr gut. Ich habe hier mal drei hingeworfen, ne? Falls wir mal daran... Ach gut, das ist auch keine schlechte Idee. Ja, weil wenn man immer... Brauchst du nur langlaufen, drückst du einmal, zack. Und dann hast du ja gleich. Stimmt. Ich mach es auf jeden Fall. Ich hab hier auch eine Abhalle! Entschuldigung. Ja, du kannst das mal. Ich hab hier auf. Ja, ich bin nicht verlängst. Jungen, nichtを irgendein. Ich habe hier eine Abhalle. Ich bin nicht mehr. Schdemann. Genau. Ich habe hier noch dazu. Oh ja, Baby! Das ist doch umste ordentlich. Geht ab. Irgendwie droppen die nicht ihre Teile. Geizhälse. Ich höre noch einen irgendwo. Hoah. Jetzt hat er was gedroppt. Ah, danke. Vielleicht wenn man die weg sprengt, dass die dann nichts droppen. Kann das sein? So, eine Leiter hochgeben die. Und hier hoch? Nö. Ich habe nochmal Schalter gedrückt. Ah, sehr gut. Die zweite Dino-Welle gleich. Gehe ich mal an. Ich schweiß auch noch ein paar Kästen hier hin. Ah, ja. Wow. Nice. aber manchmal ist das mit dem sound komisch wird das mal ein bisschen leiser dann wird es wieder normal ja das stimmt wir müssen merkwürdig manchmal muss man noch mal drücken hier drückt nochmal um leitung läuft das ist doch fein und hier was schönes gibt es noch mal schnell den kasten dahinter ist ja direkt hier den können wir noch in die luft ja sehr gut gleich fliegt da weg sieht von hinten auch geil aus schubdüsen anbringen und dann zack ich habe nur den falschen container bestellt das ist auch gut so jetzt ich komme mal mit rüber über die brücke ja das ist schön okay ich bin runtergerutscht aber ich habe es überlegt dann versuche ich auch mal ja klappt doch ganz gut jetzt habe ich auch gesehen wie du auf dem arsch gefallen bist ja wie geil die wir hier noch mal das zählt wir uns wieder belegen bei bedarf können wir auch was schön einsammeln gut gibt es noch was in der nähe ja und dann scharf links doch ja genau da müssen wir auch wieder scheinbar irgendwo hoch auch hier ist die olle drüge auch hier ist die olle drüge so genau ja dauer fette wände man man richtig schicker militärbunker da tanzen sie schon dann aber echt weit manchmal gehen die mir auch ganz schön auf dem sack muss ich sagen das stimmt ein behälter naja hier können wir Schubdüsen bestellen jawohl sehr nice präger bereits ausgerüstet kann er nicht sein doch er hat ja mal sammelt ja mal zwei eine vier sogar vier sogar explosions dann können wir ja zu unserem genau zu unserem ziel das geht hier hoch mal nun sehr schön money von honey noch ein schöner schalter hier zum drücken den drücke ich jetzt mal so eine schüssel hätte ich früher auch gerne wussten und satellitenfernseher gerade mhm das wäre echt klasse gewesen ja oh mein gott wie viele da kommen wie hier wieder ein kleiner ist auch dabei Ach du Scheiße, die Unsichtbaren sind auch dabei Ja, ist voll öffnig Oh Gott, die mit dem Strom hier, die misst mich Ah, die zerfleischen mich gerne Au, au, au Jetzt hört man mal auf Ja, ich muss sagen, der riesige, der dicke hier, der tanzt regelrecht auf den Granaten Ja, das stimmt Oh, da ist er wieder Jetzt hat er sich kurz hingelegt Oh, oh Die Frau sagt auch immer irgendwas und ich verstehe sie nicht, das ist sehr wichtig Genau, ist bei mir auch so So ein bisschen Muni in den Ballen hier Aua Oh 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 Boah, dieses Strom, die Scheiße. Nein, ätzend, ja, das stimmt. Ich hoffe ja, dass ich die... Alter, wie viel kommen denn da, ey, das gibt's ja gar nicht. Okay. Ist ja nicht auf live gespielt. Ja. Alter, dieser Düssel ist aufgeregt. Ich gucke gleich mal, wie hat was denn gescheitzt? Scheiße, ich gucke gleich mal. Hast du umgekippt? Ja, ja, und der tritt jetzt auf mir rum, ja. Mann, mein Mann. Scheiße, und ich brauch jetzt Munition. Ja, droppen. Der Wahllos auf welche hingeschmissen. Eieieiei, das ging ja. Ich spawne bald. Ach so, hier steht ja auch schließe und verteidige das östliche Tor und das westliche Tor. Ah, alles klar. Ja, dann kann das ja nichts werden. Boah, ich fliege wieder nach unten. Boah. Der kommt hier aber erstmal runter. Der Große, der ist mir hinterher gelaufen. Das gibt's ja gar nicht. Was macht der da oben mehr? Ich zieh jetzt das Tor. So. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Der ist nochmal zerlegt. Oh, ich konnte mich wiederbeleben. Sehr. Ich hab immerhin die Menge geballert, die auf die Runde gehackt hat. Oh, sehr gut. Ja, das Beste was du machen konntest. So. Ich hau jetzt hier erstmal ab nach oben. Ob ich mir mal ne Spritze setzen kann. Komm schon, sammel die auf. Jawohl. Ich glaube J ist das, ne? Da kannst du auch irgendwas werfen mit Luftangriff und so. Ich hab eben so eine Art Sender geworfen. Da sind alle hingelaufen und dann haben die auf die... War das J? Oh man ey. Oh. Oh man ey. Oh. Ich glaube jetzt haben wir's bald oder? Ja. Oh man ey. Ich werfe hier überall Munitionskisten, Fahrtrupper. Das war gar nicht, wer mir lieber sind. Die mit dem Strom oder die Säurewerfer? Ich weiss auch nicht. Ich finde, wenn diese Stromviecher einen erwischen, dann ist man erstmal eine Weile gelähmt. Genau, und dann siehst du irgendwie nur Weiß, ne? Die haben das eine Tor wieder aufgemacht. Die haben die das denn geschlappt. Mach mal zu. Lecker Dinocoat. Nochmal eine Spritze. Jawohl, jawohl, jawohl. So, sehr gut. Das haben wir doch ganz easy gemacht. Ja. Jetzt müssen wir nochmal nach oben, ne? Ja, wahrscheinlich wieder am Knopfdruck. Damit die nächste Welle kommt. Oha. Die waren aber diesmal auch echt extrem. Ja. Tore. Ach meine Bitte, es geht ja los. Boah. 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 Und noch? Und noch? noch ist kein tor aufgegangen würde ich mal ein röntgen blicke sehen dass die da irgendwie vorm tor stehen das sind aber genug die warten da alle ich kann es gar nicht Jaaa, klingt einigermaßen. Ja, jetzt müssen wir nur noch raus. Ich geh. Gleich hin an hier. Dann noch mal ne Muni. Aber... Ich komm jetzt hier raus. Ob die das Tor verbogen haben hier. Alter Falter. Das sieht echt übel aus, ja. Die zwei rausfinden, wie man hier rauskommt. Wahrscheinlich hier durch, ne? Gibt's da nen Code? Ne. Kann man einfach so ne Tür vielleicht, ne? Ja. Okay, aber dann kommen die jetzt alle rein. Glaublich. Okay, das sind nicht so viele. Ich bin nicht sicher. Ich hab den Eindruck, die sind irgendwie verbuggt. Mhm. Mhm. Manche irgendwie schon, also. Oh. Das wird jetzt hier wieder hart. Oh ja. Genau, ich greife auch nochmal zu, bevor ich dann starte. Ach ja. Und ich schmeiß noch ein paar Kids hier hin. Stimmt. Genug haben, wenn wir hier, wie die Ehren durch die Gegend laufen. Genau. Voll dekadent, ey. Oh, sehr gut. Oh, das starte ich mal, wa? Ja. So, jetzt wird's brutal. Ich stell mich schon mal hier oben hin. Ach, äh, T ist das. Siehst du, wenn du T wirfst, dann äh, kannst du die, den Luftangriff auch holen. Hm. Ja, ich hab leider hinluftangriffen. Nämlich D drückt, da hab ich diese, ähm, Ausrüstungskiste. Ah. Die Vika kommt jetzt hoch. Hm. Oha. Oh. Oh. Oh nein. Nicht bin ich. Scheiße. Oh. Oh, scheiße. Kann ich die wiederbeleben? Oh, scheiße. Ja, ich warte. Ich habe es geschafft. Ah, sehr gut. Bis ich nur noch wegkomme. Yo, wir haben es. Es ist so knapp. Alter, er ruckelt voll jetzt hier. Ah, aber. Ist das bei dir auch so, wenn das Raumschiff abhebt oder so? Und wenn man es dann geschafft hat, dass es dann ruckelt? Ja, manchmal, ja. Hm? Ja, komisch. Es ist ja noch nicht alles ideal, ne? Nee, aber nice Runde. Also hat super geklappt. Das stimmt.